Wahnsinn, das ist der Dieter Polen von Modern Talking, gell? Modern Talking? Nichts Modern Talking. Talking English, Talking French, Talking Arab. Jachmal, Erzverrack, Jena des Hamar, Einschallah, Mohamed, Andererl Gaddafi. Dieser Österreicher. Tief in der Sahara, auf einem Trommedara, Redt ein deutscher Forscher durch den Dattelhain. Da sah der Mumen Keiler ein Mädchen namens Laila, Magische Erregung fährt ihm ins Gebein. Erev, sag mir, wer bist du, die mich trunken macht? Komm und heile meine Wunde. Sie sprach, ich bin Laila, die Königin der Nacht. Sie im Salabim war sie verschwunden. Wie eine Frau von Morgana. Die Fronah und der Hochschule weit. Wie eine Frau von Morgana. Und sie war nicht mehr da. Wie eine Frau von Morgana. So nah und der Hochschule weit. Wie eine Frau von Morgana. Aber Kamara. Und sie war nicht mehr da. Wie eine Frau von Morgana. Sonst bist du des Todes, rief der Muezzin, und weg war der alte Dattelklauber. Wie eines war's, da Morgana, so nah und warst du weit. Wie eines war's, da Morgana, da, 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 und sie war nicht mehr da. Wie eines war's, da, Morgana, so nah und warst du weit. Wie eines war's, da, Morgana. Es krucht ihre Fendi, mehr Tod schon als Lebendi, und der heiße Sonne durch den Wüstensand. Beim Warte des Propheten, jetzt muss ich ertreten, sprach er und erhob noch einmal seine Hand. Und er sah am Horizont die Fata Morgana, dann starb er im Lande der Arabier. Die Geier rüber ihm, kriegt's denn Inschallah, endlich wieder ein Kanaber. Wie eines war's, da, Morgana, so nah und warst du weit. Wie eines war's, da, Morgana. Aber der Kanaber, und sie war nicht mehr da. Wie eines war's, da, Morgana.